Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal Ok Leute, Willkommen Heute werde ich ein paar Sachen ansprechen was euch noch so war 2019 Leute ich werde Big Park Guide Projekte starten, auch Formate aber für die Formate müsst ihr mir Fragen und Themen reinschicken Leute ich möchte einmal die Woche sicher ein FIQ Format starten und bringen natürlich und natürlich wo ich mal so ein Thema ansprechen will ich noch einmal die Woche bringen wenn es klappt und wenn ich gerne Themen und Fragen bekomme Leute kann ich das nur machen und dann wenn ihr dann was ich noch so bringen soll wie live man könnte es mir gerne unten in die Kommentare schreiben und was seid ihr Bock da drauf vielleicht werde ich eines Tages mit den Daily Vlogs beginnen in der Tat ja und was möchte ich hier Gaming noch so sehen es ist wirklich schwer im Moment was ich so bringen soll von den Gaming Videos nicht von den Projekten her aber weil ich weiss nicht auf was habt ihr Bock und auf was nicht das ist das Problem Leute im Moment weil ich habe kaum Kommentare unter den Videos ich habe kaum Klicks es ist einfach im Moment zum Kotzen wenn ihr Ideen habt von was das liegt dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn ihr Okay Verbesserungstipps habt und dann in die Kommentare und dann in die Kommentare ja ich eigentlich nicht gross dazu ja ich werde jemanden besuchen aber mehr werde ich nicht verraten Leute und dass das nach Berlin gehen werde wann weiss ich noch nicht und ja wirklich geil wenn wir ein bisschen eine grössere Community werden weil dann hätte ich noch noch geilen Scheiss vor ich schwörs euch Leute ich hätte so viele Ideen wo ihr machen könnt aber mit so kleinen Ding wo kein richtig aktiv ist da habe ich kein Bock darum etwas zu starten wo dann ehrlich gut ankommt und wo ähnlich geschaut ist bei mir darum teilt den Kanal überall wo ihr noch könnt überbreitet ihn in eurer Schule ja ich habe wirklich keinen Scheiss geplant auch in real life Leute was das Game angeht habe ich ein Projekt gestartet äh geplant habe ich gesagt du hast Minecraft angeht Leute habe ich ein Vanilla Projekt in Planung aber Infos da werden dann noch folgen Leute ja und dann ich glaube das war's für den Moment ja Leute folgt mir auf so sozialen trainern auf Instagram auf Twitter da werde ich jetzt auch mehr posten als im letzten ja dort habe ich auch fast nie was gepostet nur ab und zu mal drauf war bruh und Livestream schaue ich wenn ich besseres Internet habe mal werde ich auch schauen dass ich vielleicht einmal die Woche streamen werde einmal bis zweimal die Woche streamen und am Wochenende natürlich werde ich auch streamen und wenn ich frei habe werde ich dort einmal zwei Stunden streamen oder so machen ja und wenn ihr einen Designer kennt wo mir Designs machen könnten wäre ich sehr dankbar was Profilbild Banner und so angeht ich möchte den Kanal wirklich ins positive aufrüsten und das kann ich nur mit eurer Hilfe Leute schreibt mir in die Kommentare was kann ich verbessern was soll ich machen und ja das war es eigentlich das waren die Infos für Moment Leute wenn es irgendwie Updates oder so gibt was macht mich dann werdet ihr informiert entweder Video oder Instagram oder natürlich Twitter darum folgt mich auf den sozialen Netzwerken Leute und dann würde ich sagen euch Leute nichts raus wir sehen uns in einem neuen Video lasst ein Like da lasst mich auf oder da und sonst auf drei und ciao ciao